Neue Welle-Auftakt-Rennen. Das Feld kommt zunächst einmal hier an Ihnen vorbei und Ludwig Medan-Antoine Amelon übernimmt direkt das Kommando vor dem Favoriten vor Russian Flamenco in zweiter Position. Innen sehen wir Kachan hier als drittes Pferd, außen begleitet von Manduria. Dann sehen wir Erika, die wird begleitet von Nappadak und das letzte Pärchen innen, Sawadi und außen davon, Varamin. So geht es bereits durch den Iffelsheimer Bogen in durch, Ludwig hat gut anderthalb Längen Vorteil vor dem Favoriten vor Russian Flamenco in zweiter Position. Innen ist Kachan hier drittes Pferd, außen begleitet von Manduria. Dahinter sehen wir Erika, Nappadak ist um Positionsverbesserung bemüht, vorletztes Pferd außen, Varamin und innen davon, Sawadi. So geht es mittlerweile in der Gegenseite weiter, gleich unterhalb des Iffelsheimer Emblems. Hat Ludwig nach wie vor das Kommando, es gibt überhaupt keine Positionsveränderungen. Russian Flamenco bleibt zweites Pferd, dahinter außen Manduria, innen davon, Kachani. Dann Erika, begleitet von Nappadak, Varamin und Sawadi. So sind zwei Drittel der Gegenseite mittlerweile absolviert. Ludwig hat noch keinen Gegner gesehen, marschiert an der Spitze vor Russian Flamenco, dann innen Kachani, Manduria in vierter Position auszumachen, vor Nappadak, vor Erika, Varamin und Sawadi. Ausgangs der Gegenseite geht es mittlerweile in den Schlussbogen hinein, gute 800 Meter noch zu galoppieren. Ludwig wird so langsam unter Druck gesetzt vom Favoriten von Russian Flamenco. Kachani an der Innenseite, Manduria bleibt viertes Pferd. Erika, Nappadak, dann Varamin und Sawadi. Versucht nun vom Ende des Feldes wegzukommen. So geht es mittlerweile in die Zielgerade hinein. 450 Meter sind noch zu absolvieren. Ludwig an der Innenseite, Russian Flamenco in der Bahnmitte. Erika macht Boden gut, Kachani an der Außenseite, Manduria. Und dann ist auch Nappadak um Positionsverbesserung bemüht. Russian Flamenco ist vorne, wird aber unter Druck gesetzt. Innen von Erika, außen von Kachani und noch weiter außen von Manduria. Erika ist vorne, Erika, Russian Flamenco, Kachani, Sawadi vom letzten Platz kommt angeflogen. Aber Erika ist vorne, Erika vor Sawadi. Erika, Sawadi innen Nappadak. Erika gewinnt mit Alex Peach dahinter. Sawadi auf Platz zwei, dritter vielleicht innen Nappadak. Minimal vor Kachani, dann Manduria, Russian Flamenco. Waramin und Ludwig. Waramin und Ludwig. Waramin und Ludwig.